Glück ist, nur Gutes über andere sagen zu können. Wenn wir die Menschen mit einem liebevollen Blick betrachten, also ausschließlich das Positive in ihnen sehen und ihnen auch sagen, wie wunderbar wir sie finden, machen wir nicht nur die anderen glücklich, sondern wir selbst fühlen uns besser. Wir verurteilen nicht mehr. Neid und Missgunst verschwinden aus unserem Leben. Wir fühlen nur noch Liebe. Liebe für die anderen. Und Liebe für uns. Wir sind dann in der Lage, auch uns selbst mit einem liebevollen Blick zu betrachten. Wir begreifen, jeder Mensch ist ein wundervolles Wesen.